Wir sind seit 1945 im feinmechanischen Handwerk zu Hause. Ich bin die dritte Generation und von meinem Opa auf meinen Vater ist die Bürde und auf mich übergegangen, die Firma im Sinne der Familie weiterzuführen. Wir fertigen auf 40 CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen, unter anderem mit der Marke Chiron, seit ewigen Jahren, ja eigentlich für alle Bereiche, die mechanisch hochwertig gefräste oder gedrehte Teile brauchen. Unsere erste Chiron war eine FZ-15W und die hat uns so begeistert, dass wir daraufhin über die Jahre jetzt bereits die sechste Chiron im Hause haben. Wir haben uns hier in dem Fall für ein Fünfachsbearbeitungszentrum entschieden, wo wir dann OP10 und OP20 gleichzeitig fertigen mit Automatisierung, Komplettbearbeitung, also sprich mannlos 24-7 Bearbeitung. Früher haben wir dieses Bauteil in drei Arbeitsschritten gefertigt. Wir haben es mit der Hand in die Maschine eingespannt und mit der Hand in den Namen. Und heute haben wir mit der Chiron den Vorteil, das Teil komplett autonom zu bearbeiten, zu beschriften. Und hier fällt praktisch permanent alle 10 Minuten ein fertiges Teil von der Maschine, welches wir verkaufen können. Und dadurch haben wir natürlich eine starke Kosteneinsparnis, mehr Produktivität, mehr Auslastung, höhere Effizienz und sind da im Wettbewerb natürlich ein Stück weit deutlich nach oben gerückt. Wir als Chiron Group bieten unseren Kunden Lösungen, wo wir nicht nur eine Fünfachsbearbeitung machen können, wo man denn ja auch nur fünf Seiten bearbeiten könnte, sondern wir haben eine Nebenspannfläche, sodass wir auch die sechste Seite, also die Rückseite, auch in einer Aufspannung fertigen können. Die Kunden der Feinmechanik Luther Kahl schätzen das breite Angebotsspektrum. Also es gibt eigentlich keinen Werkstoff, den wir nicht zersparen können von Kunststoff über Edelstahl, Buntmetalle, Kobalt, Chrom, Titan. Und deshalb haben wir uns eben auch für diese Maschine entschieden, weil wir eben ein breites Portfolio damit bearbeiten können. Und damit die Produkte, die wir hier fertigen, Einzelteile, Komponenten für Baugruppen, absolut wirtschaftlich fertigen. Damit sind wir einfach wettbewerbsfähig, seit 20 Jahren, aufgrund der schnellen Werkzeugwechselzeiten, stabile, zuverlässige Maschinen. Und damit kann man eben auch alles bearbeiten und ist flexibel aufgestellt. Also genau das, was wir brauchen. Chiron ist einfach ein zuverlässiger Partner. Präzision und Geschwindigkeit. Der Maschine, das steht außer Frage. Gibt es am Markt nichts anderes im Vergleich.